Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sibiria 3. Ja, ein Weichen ist es her, dass ich gespielt habe. Gut, dass ich hier nochmal was machen musste. So bin ich ein bisschen wieder reingekommen. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass man ja hier so alles ganz anders betätigt und so. Und direkt Ladebildschirm. So muss das sein. Kaum startet man das Spiel. Äh, die Folge meine ich. Ach ja, wer hat die Ladebildschirme nicht vermisst? Ich. 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 Und das scheint zu funktionieren, ne? Es hat schon irgendwo gespeichert. Können wir hier eigentlich sterben? Das habe ich schon öfters gefragt, oder? Man hat sie aber im Timing. Aber der Typ, der rennt ja auch immer so herum, dass er mich hoffentlich nicht sieht. Oh. Oh, das ist mit zurück gemeint. Ach so. Ja, einfach rausgehen. Natürlich. Hat gar keine mitbekommen. Und wieder eine Nasegrenze. Ach, die war kurz. Okay, gut. Aber gut zu wissen, dass wir da einfach reinmaschieren können, dass sie so ein Timing hatte, nicht gesehen zu werden. Und auch gut zu wissen, dass dem einen Soldaten diese Doktorin da Gänsehaut verursacht, beschert. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sollen wir da jetzt vorbei? Vielleicht mit dem Walkie-Talkie. Mit dem Walkie-Talkie können wir vielleicht was machen. Weil wir können ja hier... Hier ist ja sonst nichts. Kein Punkt, der sichtbar wird oder sonstiges. Und solange die da sind, kann sie nicht durch. Wir haben ja immerhin das Walkie-Talkie mitgenommen. Deswegen denke ich, das könnte klappen, oder? Hier spricht Dr. Olga Yefimova. Bitte, Olga. Olga. Was ist los, Olga? Oben gibt es einen Aufstand oder kommen Sie her? Machen wir, oben ist... Ich höre... Oberst, das Personal ist oben mit einem Patientenaufstand konfrontiert. Verbrauchen Sie Ihre Männer sofort. Ihre Pfleger können sich nicht darum kümmern? Ich rufe Sie an, weil Sie überwältigt wurden. Machen Sie es nicht. Es besteht ein großes Risiko, dass wir die Kontrolle über die Situation verlieren. Ich hoffe, Sie stören uns nicht ohne Grund, Olga Yefimova. Wie Sie immer den vollen Nach... Na, den vollen Namen benutzen. Kate Walker. Das ist so der häufigst genannte Name, glaube ich, überhaupt. Oh, wir wundern es. Das ist ja die Hauptfigur. So. Finden Sie Kirk. Was um alles in der Welt ist hier passiert? Gute Frage, nächste Frage. So. Frau Walker, kommen Sie schnell. Dr. Samyatin, aber... Was ist los? Es ist Olga. Sie hat ihre Soldatenfreunde in meine Klinik geholt. Direkt nachdem Steiner Kirk seine Prothese angepasst hat. Die Soldaten wollten Sie am Verlassen der Klinik hindern. Steiner wollte nicht auf Sie hören. Er hat wirklich stunk gemacht. Also haben Sie ihn in die Mangel genommen. Mein Freund hatte einen Anfall. Frau Walker. Ich bin hier, Herr Steiner. Sie müssen... ...den jungen Kirk retten. Diese Frau, Olga. Sie ist ein Ungeheuer. Ihre Feindin. Und dieser O-Oberst. Beschützen Sie die Jukul vor diesen Verbrechern. Sorgen Sie dafür, dass Sie an Ihrem Ziel ankommen. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Steiner. Der darf nicht drauf gehen. Nein, ich mag den viel zu sehr. Und das... Die Leute, die ich mag, die gehen immer drauf. Deswegen nein. Was ist los? Steiner? Geht es Ihnen gut? Mit etwas Ruhe, Medizin und ein bisschen Glück wird er wieder. Ja. Aber bitte. Beeilen Sie sich jetzt. Und helfen Sie Kirk, Frau Walker. Frau Walker? Ihr Medaillon. Das Herz. Sie wissen schon. Es ist in sehr gutem Zustand. Es enthält eine Menge grundlegender Daten von einem X2000-Automaten. Quasi alles Wichtige. Wissen Sie, bei diesem speziellen Modell waren das Herz und die Intelligenz verknüpft. Also, bräuchte es nicht viel, damit Sie Ihren Freund Oskar eines Tages wieder zurückbekommen? Ich... Ja, Herr Steiner. Natürlich. Ich denke daran. Oh, das wäre so schön, wenn wir den wieder bekommen würden. Bloß nicht weinen. Ich habe schon Pipi in den Augen. Bloß nicht weinen. Also, ich glaube, die beste Anlaufstelle zum Suchen wäre hier... Oh, ich muss mich immer noch zusammenreißen. Oh, hier ist ja schon Kirk. Oh, ist mir jetzt schnell. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Kirk! Aber wo ist denn die Jefimorpha-Tussi hin? Die lässt doch nicht... Warum lässt die einfach so... Da war eben was. Warte. Warte. Wecken Sie Kirk und befreien Sie ihn. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber da war irgendwas auf dem Tisch gerade. Was ist das denn? Da klemmt eine Notiz darunter. Oh, einfach nehm. Olga Statuette. Und die Notiz. Das wird hier spannend gemacht, ne? Aber das ist auch nur ein Teil von einer Notiz. So sieht das jedenfalls aus. Dürfte ja eigentlich dann hier drin sein, ne? Wo ist er denn da? Diese Furie-Olga hat sich natürlich die Zeit genommen, den Code zu zerreißen. Wo steht denn da? Dr. H. Möngen... Blablabla... Madame Olga, gemäß von neuen Anweisungen habe ich Ihnen unseren jungen Normaden-Patienten geschickt. Falls Sie ihn aus dem mechanischen Therapieapparat herausholen möchten, der Code lautet... Ja. Natürlich hat sie den zerfetzt. Abgerissen. Vielleicht ist er ja hier irgendwo noch. Wer weiß. Aber ich kann anscheinend nichts anderes betätigen, als ihn da rauszuholen. Wecken Sie Kirk. Völlig fasziniert. Mhm. Warte mal. Kann ich das nicht einfach durchschneiden oder so? Keine Chance. No. Kann ich die Statuette vielleicht dazwischen klemmen? Das ist nicht richtig. Okay. Und dann? Also man muss die irgendwie zusammenbinden. Wenn man die zusammenhält, dann... Es funktioniert nicht. Ja, ja. Es ist in Ordnung. Aber wenn man die zusammenhält, dann sieht man ja, bewegt es sich nicht. Und das ist das da. Was haben wir hier? Da haben wir schon mal eine Büro... Ah, mit der Büroklammer könnten wir das natürlich machen, ne? Das wäre natürlich eine Idee. Ich dachte gerade, hä? Inventar, wie öffnet man das denn nochmal? Er ist bewusstlos. Ich muss ihn aufwecken. So, okay. Was haben wir hier? Das nehmen wir mal direkt raus. Auch wenn es auf seinen Arm getropft ist. Nein. Eine Injektion mit einer leeren Spritze könnte ihn umbringen. Ach so. Ach, das Schamanen-Getränk. Das Schamanen-Getränk. Das kann doch... Warum hilft das denn nicht? Was soll ich denn damit? Ich hätte gedacht, das Schamanen-Getränk wäre super. Ach so, und jetzt kann ich das da oben... Ah, ah. Ach so. Da, so. Ich denke immer, es ist schon zu weit. Ich werde noch so heulen. Was weiß ich jetzt schon. Vor allem, wenn wir wirklich Oscar wiederbekommen sollten. Walker, was tust du hier? Das erkläre ich dir später, Kirk. Wir müssen sofort zurück zu deinem Stamm. Sie warten nur auf uns, dann überqueren sie den See. Ähm. Ich kann diese Gurte nicht mit bloßen Händen lösen. Dann mit einem Messer? Ja, warum geht der Texte nicht weg? Da ist ein Fach neben dem Bett. Das Personal hat es jedes Mal bedient, wenn sie mich losgemacht haben. Ein Fach neben dem Bett. Super, und ich kenne den Code doch gar nicht. Ähm. Da ich ja das noch angucken kann. Ist da irgendwas drauf? Vielleicht das da? 8, 5, 6, 5, 5... 6, 5, 4? Warte mal, schreib mir das gerade mal auf. Ich hoffe, das sehe ich richtig. 5, 6, 5, 5, 6, 5, 4. Einfach mal testen. Sonst, ja, mal gucken. Ähm, was war es? 8, 5, 6, 5... Ah, nee. Das ist ein vierstelliger Code. Du hast nicht zufällig gesehen, welchen Code sie da eingegeben haben, oder? Das wäre von meiner Position aus schwer gewesen, Kate Walker. Das ist sehr schwierig. Aber wo könnte ich denn sonst noch was herbekommen? Also an Informationen. Ich könnte vielleicht ja mal den, ähm, Typen fragen. Den Samyatin. Vielleicht hat der ja eine Idee. Ich komme gleich wieder. Lalalala. Ich frage den einfach mal gerade eben. Dass dir noch nicht aufgefallen ist, dass da oben noch kein Aufstand herrscht. Ich kümmere mich um Steiner. Gehen Sie Kirk retten. Mäh. Okay. Ähm, jedenfalls. Ja, ich sehe auch gerade, dass die Zeit vorbei ist. Während ich überlege, was das für ein Code sein könnte. Ein vierstelliger. Entweder muss ich durchprobieren, oder ich finde doch noch irgendwo einen Hinweis. Ähm. Ähm, ja, ist die Folge vorbei. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt ein richtiger Satz war. Ich habe vergessen, mit was ich eigentlich weiterreden wollte. Jedenfalls, Folge vorbei. Ich mache nichts. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann befreien wir Kirk. Bis dahin dann. Tschüss. Euer Ritter. Euer Ritter.